So Leute, wollen wir mal schauen, ob es klappt. Schuhe aus, denn wir wollen nämlich testen, ob ich in Panamera übernachten kann. Bisschen verrückt, aber wenn es klappt, wird es definitiv ein lustiges Video. So rum sieht es nicht so dolle aus, aber so rum könnte es also werden. Das Auto ist ja lang genug. Und ja, ich passe rein, klappe zu und dann wollen wir mal schauen. In zwei Wochen treffen wir wahrscheinlich Maxim wieder mit seinem Makran und Dachzelt.